ja immer wenn einer mit dem lightsaber einmal gegenkommt und schlagen dann ist das immer ein der hasse so freig speich ja dann geben wir mal ein bisschen hier respekt schelle oder so mach doch mal das ist einer der sorten mensch der einfach gern die welt brennen sehen will ja die num ist ja mit einer der geilsten oh wird das ein triple standoff und ein quadruppel ey komm das machen wir das machen wir quadruppel komm komm ihr schisser alle wenn nur alle vier komm so böse ausgehen und im endeffekt seiten pinnen uns alle weg ja wahrscheinlich angst angst potter träumen oh lol innocent ich habe die disco extra in der preparing gefolgt das wirst ich heißt die helft ist jetzt runter geflogen 9 kumm ich nur da zwei tod sind oh was war das denn ich hab Angst gehabt ich hab gedacht wenn der jetzt schießt, dann musst du das ausnutzen ach du hast Lars gemacht Ich dachte, er wäre durch meine Disco draufgegangen. Schade. Ich dachte, er wäre durch meine Disco draufgegangen. Oh, ne Pille geheadshotet. Oh ne. Wenn ich jetzt nicht reagiere, weil das macht er immer. Das ist so geil, ey. Und dann, bam, headshot. Frau Anni und ich stehen da so schön nebeneinander. Alter, das war so premium, Alter. Wie der geflogen ist, als wir mit beiden Schrott auf den geballert haben. Wahnsinn. Wie der geflogen ist, der Mongo. Auf jeden Fall, ey. Herrlich. Legg mir am Zickerli. Ribi is a crude. Na ja, auch minus 8 kann ich mit leben. Auch geil. Ich bin innocent. Oh, wer schmeißt denn jetzt schon wieder in die Disco? Weiß nicht. Alter, das reicht mir langsam. Ruski, Ruski. Ich bin ein 8 hinterher. Ist mir egal. Ich lauf einfach weg. Komm jetzt nen Headshot. Durch den Felder. Wahrscheinlich. Ich bin nicht. Oh mein Gott. War knapp. Andi? Okay. Ahhhh. Who is it? Who is it? Who is it? Is it? Warum nicht? Da auch hier oben, Arschloch. Lars schießt! Das ist so verdächtig nahe. Weihm. Ich hab gepuppt. Oh, der Ekelhaften. 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 Lars kommt zu mir. Lars kommt zu mir. Lars kommt zu mir. Lars kommt zu mir. Das ist halt zu dir als in dir. Oh, das ist halt wahr. Lars hat bei mir gar nicht keine Waffe in der Hand, ne? Ah, das ist it. Oh, da wird auf mich gesnippt. LOL. Hobi, kannst du nicht? Ich bin das nicht. Weil Pille hätte eigentlich getroffen. Gut, ich wurde grad beschossen leicht. Über den Fernseherding. Oh mein Gott! Undi ist... Ich glaub Lars ist it. Andi ist grad vor mir gestorben. Oh, wie ist denn Smoke? Jopp. Komm her. Botkiller. Oh, ein Rango! Uplol. Da hat ein Rango grad... Ah ne. Das hat ein Bubi gemacht. Du bist hier gelaufen. Really ey. Oh, das ist halt Lars. Aber gut ey. Ihr beiden habt ihr heute echt ey. Warum hab ich wegen dem Scheiß jetzt Minus 13? Boah, was ist das Ding? Kann man mal machen, ne? Ist doch gut ey. Gott. Mit welcher Pille ist das los? Hat er den direkt gekillt oder was? Ey keine Ahnung. Weiß ich nicht. Er hat A gesagt und ich hab schon gedacht oh oh. Das war bestimmt knapp, aber... Hattest du mich wahrscheinlich beschossen, gej. Ne. Hattest du wirklich nicht beschossen. Okay, bei mir sind Schuss eigentlich geplant. Ich war unter dir. Ja, kennst du ja die Position. Aber wir können anhanden sich aus. War das Andi, du sagst, wir gehen mal ein Lass bisschen auf den Sack? Ja, auf ganz einen lassen. Oh ja, dem geh ich jetzt auch auf den Sack. Ich bin auch innocent. Ja, trotzdem auf die nössliche Piese-Hure. André? Ja. Mit Disco. Ah, ey! Ah, ey! Eins kannst du glauben, wenn ich Traitor werde, dann bist du als erstes weg. Eins kannst du glauben. Aber... Hab ich nicht gehört. Du, ich war eigentlich verarschen. Gut, ich vertrau dir an. Ich mach mal Team. Ja, mach mal Team. Sag mal Triple, Mann. Ja, von mir. Ich weiß nicht, mit dem Hobby weiß ich nicht, ey. Ich war doch grad Traitor. Ja, wenn wir Triple machen, dann können wir direkt die anderen beiden wegmachen. Ja, kann man eigentlich machen. Aber ich vertraue euch beiden. Tomate mal! Wenn du jetzt auf einen von den beiden Cheese schießt, dann steht ihr mir im Rücken und ich hab Beef in Power. War das geworfen, Hubi? Okay, Smoke. Ja. Alles. Alles. Also der zweite Abendschluss muss noch kommen, oder was? Alter, ich hab nur einen gehört, ne? Hm, keinem. He, ist unsere Himmelwand! Keiner sieht uns. Oh geil. Ich hab noch ne Insel, ich mach mal hier Wenz gerade bisschen. Ein Batman. Warte, ich kann noch ne Smoke hinwerfen. Nein, hier drunter fallen, du Arschloch! Oh, lol. So. Liegen hier noch welche? Wo sind hier die beiden? Oder meinst du Lars ist vielleicht schon tot? Meinst du? Ja, weil Pille wollte sich ja eigentlich rächen. Lol, da kam was hochgeflogen. Der Stu kam hochgeflogen! Loll. Achtung! Alter, hat mich gerade erschreckt. Ich glaub, was von hier unten kam dat. Heißt du, Pille dat. Aber wer läuft denn da unten? Am LKW? Am LKW läuft? Pille. Pille, okay. Wow, ohne Rango! Andi! Rango! Arschloch! Ah, nee! Ah, das war falsch. Ah, sorry Hubi. Ich dachte echt du wärst bei mir gewesen. Scheiße. Weißt du, zweite Mal Andi vertraut, zweite Mal auf den Sack gekriegt. Lernst du draus, ne? Wurste aber jetzt zusammen machen. Ja, lass das Team machen. Und scheiße. Du wolltest Team machen. Mit der Info! Oh, halt die Fresse! Ich hab's zugehört, was meine Rache an Lars angeht. Genau. Mach Feind mit Hub, ey. Er bringt einem nur Unglück. Dinge, Dinge. Hab dich geil gemacht. Deine Niesenhorns. Deine Niesenhorns. Lalalalalala. Wollen wir doch alle nicht. Oh, ich hoffe, du wirst immer sein. Ich hoffe, du auch. Oder wir beide Zweiter. Wenn wir mal egal. Das ist natürlich auch geil. Ich bin innocent. Ich bin innocent. Gut. Hallo Andi. Hallo Andi. Hallo Andi. Disco. Achtung. Andi. Ich komm hier nicht raus, verdammt. Ja. Ich komm hier wirklich nicht raus. Warte. Ich befreie dich. Oh fuck. Pass auf! Disco! Disco! Pass auf, Uzi! Hey. Hey. Läuflich ja ganz zäugische Gehen. Andi, du bist ja, gell? Ich bin hier, ja. Hier grad jemand auf mich geschossen? Ne, Lars. Versuch zu provozieren. Versuch zu provozieren. Okay. Sind wir jetzt alle hier oben? Außer Pille. So, das heißt, einer stinkt hier oben. Schon mal ganz gewaltig. Ja, bist du, Hobi. Ich glaub, Lars stinkt. Ich glaub auch, dass Lars stinkt. Ich glaub auch, dass Lars stinkt. Ich glaub auch, dass Lars stinkt. Ich auch. Lars, er pisst dich. Ich auch. Lars. Lars. Das ist von Spaß-Täsen doch. Weißt du, da wurde der Test der Schick hier, gell? Ja, genau. Das ist alles heißen. Macht ihr doch ruhig da oben. Geht's gut hier unten. Da müssen die Robins halt der Tretroren sein. Ja, dann have fun. Ja, Andi verpisst sich. Ja, weiß auch warum. Keine Bombe geplantet hat. Oh, da kam was raus aus dem Vent. Achtung. Sollte ein bisschen Feuer sein. Barbecue-Time. LOL. Hilfe! Robi. Unten drunter. Unter mir. Geppel, ich trau dir jetzt mal! Kann da nur noch andere sein. Dann schon mal gekillt, oder da kannst du dich nicht identifizieren! Weil dem seine Leichtkraft durch den Wind fliegt. Sorry. Aber der Russki hat auf mich geschossen. Daher gehe ich mich davon aus. Stun-Traderer. Proven kann ich natürlich gar nichts. Bei der letzten Gentleman, ich will inno. Also Pilo, hast du mit der Aube geschossen? Ich hoffe, man nicht. Seitdem du bist schon weg. Seitdem du nötig bist. Seitdem du nötig bist. F-f-f-f-fucking-trainer bist! Findet mir da oben, Arschloch. Schade. Da hol ich mich. Bitch. Ah, aber ein Bömbelein! Oh nice! Oh, ich rige mich fest. Oh nein, dann nicht gut. Oh komm, ich darf doch wenigstens mit mir reden. So ein Dutch-Sack, ey. Die ganze Zeit! Du hörst doch nicht zu! Wird wahr sein. Sehr schön. Klar, weil ich jetzt das hier habe. Wer denn sonst? Zwei Leute direkt zack zack. André, warst du wenigstens Reddicker, ne? Ja klar, ich hab's doch gerade gemacht. Das ist dumm, du hast einen Scheißdreck, ja. Andi, bist du arg? Du hast eine Pille vorhin gemacht. Ja. What? Ja. What? Das war ich, der im Vent da runter kam. Ey, wie mein Leiche da runter geschlittert ist, ich muss zu lassen. Das war echt der Hammer. Ich wollte gerade auf Lars schießen auf einmal. Ja, Pille macht das schon, ne? Aaaaaaah. Ja, ich war mir nicht sicher, ob du gegen zwei da... Ja, Andi war im Vent gewesen, deswegen wäre das klargegangen. Aber so war auch gut. Ich würde sagen, wir machen nochmal Team, aber ich weiß es nicht. Weißt du, vertraust du einmal den Russen? Ich hab dich nicht weggemacht. Ja, lass mal Team machen. Alles klar. Das werde ich jetzt voll bereuen, ey. Glaube ich. Aber dann mach ich... Ich bin Innocent. Innocent. Insonent. Oh, Hobi, bitte sei Innocent. Inkontinent. Dann wissen nur, wie das stimmt. Oh, Hobi, bitte sei Innocent. Ich bin Innocent. Gut. Sonst hätte ich dich jetzt nicht weggemacht. Ich hab vor dem Russen keinen Meter mehr, ja? Ich vertraue in Hobi jetzt mal blind. Uh, hier oben ist viel los. Hobi, kannst du mir Credits checken? Dann kann ich mir was kaufen. Hobi ist es. Warte, warte. Du hast es nicht. Du hast es nicht. Du hast es nicht. Danke. Dann kann ich mir wenigstens zwei Bomben holen. Boah, scheiß Feuer. Tschüss mal was. Wer wirft den hier? Oh, Andi, ey. What? Ich kann mir das jetzt die Hori Arschlöscher. Ja, ja. Ah nee, Lars war da, sorry. Ich lese immer nur das B und dann... Aha! Hobi rennt ins Feuer. Kann man machen. Ja, das war Lars seine Insel. Ey, ey. What the wa- Rango, gut. Eine Hore, ey. Jawoll, Andi. Wunderlos, ey. Ich hab so den Überweg verloren. Ja, ich auch. Ich musste echt noch zwei, drei Sekunden warten, um zu wissen, wer auf wen schießt. Haut's auf den Lars zuerst. Haut's auf den Lars zuerst. Hat Pille gemacht, glaub ich. Oh, nee. Ja, klar. War's hinter mir und ich hab... Gut, das war's ja dann jetzt auch, Hobi. So viel dazu. Ich möchte ja zusagen, dass ich zweimal aus Dummheit in die scheiß Insel reingerannt bin. Ey, Lars hat da oben draufgehockt, dachte ich mir, komm, jetzt wirfst du eine schöne Insel da hoch, ey. Dann brennt der ab und dann chillt der da oben noch weiter, weil du nicht raffst oder so. Das ist genial. Ja. War halt nicht der Fall. War halt nicht der Fall. War halt nicht der Fall. Ja, schon. So, ne, als der Reiner für die Däse, Tobi. Ja, klar. Warte, erstes und letztes Mal für diese Runde, dass ich da hoch mit der Schrotz sind. Erstes und letztes Mal sagst du. Für heute. Genussend. Ja, die erste und letzte Lesbe mal. André, ich muss dir ansagen, ich lesbe dich. Ist ja schon klar, wir sind gerade mit drei Mann hier oben und auf Lars wurde gerade geschossen. Oh, Andi, ich habe mit der Sniper die ganze Zeit in die Ecke random gesprayt. Ja, rein gesprayt neben Lars, ist okay. Ja, aber ich habe die Einschüsse gesehen, Junge. Ja, ist doch gut. Na, Lars. Na, Andreas. Ja, ich habe geschossen, das stimmt. Da bin ich bitte. Warum hast du geschossen? Weil ich bisschen provozieren wollte. Mensch, muss mir mal die Nase putzen. Ja die Riesen zinken, Leul. Na, super. Bist Andi ist es? Herr continuer waren Unschudes an ihren An conflict? Yes? Ja, Andi is it. Aus dem Heißigplatz-Banzer, du Arschloch, ey. Andi is it. Mir doch egal. Mir doch egal, Mama! Andi is it. Die zwei Fotzen seid eh beide. Nee, Andi is it. Erst mich vorhin so beschuldigen und jetzt auch mal an Pille ein bisschen Schaden machen, so, ne? Ist gemerkt. Hobi is it! 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 Alle sind es. Hobi hat sich auch nicht gewährt, also die beiden. Gut, Pille auf jeden Fall schonmal. Also ich war die ganze Zeit im Tunnel hier. Ich will gleich noch mal drauf gehen. Weil ich einfach mal keinen sehe. Na, hat weh getan? Ja schon, wie viel hast du noch? Zu wenig. Ah, ich trau mich aber auch nicht, weißt du? Oh fuck. Ah, falsch aufgenommen. Nicht gut. Wow, hast du mich gesehen? Ja, dein Kopf hat rausgeguckt. Oh, ey, ich war gedruckt. Okay, ein geht wirklich noch. Ist doch noch nicht zu spät. Alter, ich hab genau gewusst, wo es eine Pille ist. Weil es hat schon direkt... Keine Ahnung. Wer war denn da? Achso, Lars, okay. Lars! Gut, nutze Info. Nächstes, wenn du stehen bleibst. Egal, ob nachputzen oder sonst irgendwas. Ich krieg das Rebellion von mir, wenn ich bei dir bin. Ohne Spaß kann ich nicht so drüber sein. Bis zum nächsten Mal. Tja. Tja. Tja.